Was ist Mobbing? Mobbing ist, wenn eine gezielte Person von mehreren Personen über längere Zeit geärgert wird. Bei Mobbing gibt es Täter, Mitläufer, die betroffene Person und Zuschauer. Wie kann man Mobbing bekämpfen? Beispiele, wie man Mobbing bekämpfen kann. Mit Freunden reden, mit Erwachsenen reden oder mit Tätern das Gespräch suchen. Seid keinen Täter. Schaut nicht zu, wenn jemand gemobbt wird. Helft den Opfern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017